So Leute, jetzt willkommen zurück hier auf dem Big Clan Channel. Mein Name ist Max beziehungsweise Charlie und das ist auch schon die zweite Episode von Living Big hier aus der fünften Staffel. Heute geht es im schwarzen Jersey, was ihr übrigens bei der IEM Cologne beim ESL Shop erwerben könnt. Gegen Astralis ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Gegner, um mal den ersten Win hier in Kopenhagen einzufahren, um auch einfach erstmal ein erstes Erfolgserlebnis zu haben. In ein paar Wochen ist übrigens auch alles natürlich auf bigland.shop verfügbar. Nur, dass ihr Bescheid wirst, falls ihr jetzt nicht zu IEM Cologne kommt. Und ja, vergesst nicht, eine Bewertung auf das Video zu geben und vielleicht zu kommentieren. Und ja, schauen wir mal rein, was der Tag heute so bringt. Die Glockmassade. David Hesse braucht ein Erfolgserlebnis. Die Leute sollen mal in den YouTube-Kommentaren schreiben, warum es Spaß macht, David wehzutun. Ich brauche eure Conspiracy-Theories unter den Kommentaren. Guck, das macht einfach Spaß, Alter, so. Nee, Mann. Nee, Mann. Aber er ist hart im Leben. Ich bin nicht so fest. Wir können keine Werbung schalten, wenn ich hier so schlag. Ja, das stimmt. Kommen wir zu. Dustin, wir sehen uns. Guten Flug. Wir hören uns und sehen uns. Max. Würdest du mal kurz sagen, was deine crazy journey ist? Äh, ja, ich bin heute leider nicht dabei beim Spiel, weil ich muss noch nach Leipzig fliegen heute. Habe meine Prüfung morgen früh für Uni und liege dann abends wieder her zu den Jungs. Also ich verpasse ein bisschen vom Match, aber die gewinnen es eh. Ja. Viel Glück dir. Ey, viel Glück. Mi hau. Mi hau. Mi hau. Shinshaw mit uns geschafft. Ja. Gott ist, Mann. Ja. Gute Japanisch da. Mi hau. Mi hau. Wir schaffen das. Wird das heute ein Easy Clap? Das ist ja wohl klar. Das war die letzte Worte. Wo lang ist der Clap? Easy Clap. Schade. David, Easy Clap? Ja. 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 Das macht doch alles keinen Sinn mehr, Maximus. Das ist eigentlich schon klar, oder? Ja. Das ist jetzt Worte. Ja. Das war mit Zeit. Das war mit Zeit. Das haben wir besprochen. Ja. 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 And Infernal. Okay. Livefront. Hurdle Όler. Ja. Ich hab deinen Worte. Was nouveauxaying ich batten? Ja, ich habe dasbetten. Ja. всех Hatten. Ja. Ja. Das war etwas komplett anders. Und wir spielen wieder. Ja, geil, Alter. So, zweiter A. Zweiter ist Inter. Erster? Es sind jetzt zwei A's. Es sind zwei A's. Ich weiß immer. Game Time, Max. Ich muss dir leider sagen, dir haben dir deinen Namen ein bisschen falsch geschrieben. Hast du ihn gesehen? Was denn? Da hast du Sinn mit großem S. Wirklich? Das ist schon Blasphemie, oder? Das ist FS einfach. Ich musste mich auch beschweren, weil Ingame war auch mit großem S erst. Aber das haben die hinbekommen, aber das haben die vergessen. Egal, gib schon was. Ey, David, ich bin bei deinem Steam angemeldet. Wie? Da bist du, haben die SSDs falsch gesetzt. War schon. Abmien! Wir haben eine falsche SSD. Ich bin im ProSource. Ich habe meine PCs, Bagget. Es ist nicht zu Beginn. Bagget? Ich habe es. Ich bin im ProSource. Ja. Ich finde, das ist schon ein Lade. Bagget. 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 Das ist schon ein Name, oder? Ja. Das liegt an dir. Ja. Ja. Du kannst da gehen, wenn du willst. Das ist toll. Das ist sehr wichtig für uns. Wir fokussieren auf unsere Default. Okay? Wir fokussieren und observen, was passiert. Wie viele Smokes benutzen sie am Start? Okay? Und dann blablabla. Boom. Wir fokussieren. 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 Standard shit. Was ist Standard shit? Was ist Standard shit? Erinnere dich an deinen Antrag und sei confident. Ja klar, Mann. Erinnere dich, wenn der Typ dreist ist, gewinnt unser Spiel allein im Bild. Natürlich. Er smugt dich nicht ab, Alter. Wie dumm ist der Typ? Der muss die ganze Zeit Angst haben. Der muss nachsmugsch werden gegen dich. Er hat keine Chance. Ja. Und wenn sein muss, holst du den zweiten mit dran. Ja. Weil manchmal fehlt dieser eine, der dann den einen Typen, der nicht am Real-Frag hat und ein bisschen happy hat, nochmal trade. Dann ist die Runde direkt vorbei, okay? Ja. Machen wir. Wir haben irgendwie eine AC angemacht. Das ist die Klimaanlage. Der muss in der ersten Minute geben. Das ist das eine. Der muss in der ersten Minute geben. Das ist die Zürcher. Es wird in der ersten Minute geben. Das ist ein Blödsinn. Das ist nicht wert. Das ist nicht wert. Das ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Mhm. Problem. Jetzt muss man in der Mitte sein. Come on. Kost dir auf, man. Auf die Scheiße. The goal is not to play in a totally different style. The goal is to play default, default, default. Play around. I want to have good information from you, David. Okay? And play together and fight together. Wer sind wir? 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 Let's go. Roman, du hast 100er pingen oder so? Ja. Ja. Eine Sekunde delay. Wer sind wir? Wer sind wir? Wer sind wir? Vielleicht kommt Sin in dem Alter. Willst du trinken? Der hat keine Chance mehr. Der hat keine Chance mehr. Ich bin der Beste. Sekunden. Stuck here this long. Tapsin running over. Gets softened up, but that goes both ways. Oh, interesting. He can wave to the planet. Still a chance here for Tapsin. Lee doesn't find him either, so still 63 health for Tapsin, but he's lost track of Blame F. He doesn't know where he is. Could already be behind that box. Tapsin now clearing it out. Oh! Free haircuts! Tapsin quick. Sin has a P250 on this bombsite. I mean this is a great chance for Astralis to just clear sight. Tapsin takes downstairs. The pistol hits its thing. Sin needed to hit back. Long player if device was locked in, but instead device is getting frisked. Yeah. Yeah. Most of the things are clear, yeah? Yeah, stiff exactly. Like we are really stiff. We are not flexible enough to, like, imagine they're like struggling us and we're not even trying to get out of it. Them on this map, we knew it would come. Okay? So we are really prepared. We can be really confident. Most of the time we need to be a bit more ready to take risks. play. Yeah? Good play, man. This is our game, okay? I want a bit confident. Like very silent. Ah, smoke off. I smoke off and then you have to get into it closed. How can they kill you? They cannot kill you, man. You have fucking photos. It's good said. Did you say something? Say everything to do with you, to make the kids. Holy shit. If you are out with the flesh, say, hey, time out! You flesh me out. Don't go up here. Eli is good on point. I say, hey, get it! On the side of the house, man. Stop you. Du bist ja auf irgendwelchen Punkten, okay? Du auch, Alter. Die haben geschrieben auf Twitter, die wollen A kommen, weil es leicht ist gegen dich. Obwohl die noch gar nicht wissen können, was du da spielst. Du musst Spaß haben, okay? 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 Los geht's! Los geht's! ... und Blaine, du wissen, dass er alle Sekunden von der ganzen Zeit. Him vs. Mantou. Er hat sich auf den Shorten geöffnet, wartet für diesen Peak. Good attempt, Adi. Ich liebe das. ... und Blaine. Pistole von der C. Oh! Gotti Angle looking for number 4, und he will nail it! Greenwood. 4 kills. Defense kann Offer. They're gonna try to press the fight out. Mantou dives back. Why do they smoke? He gets... Oh, sick. Yup. Oh! Taps him with a headshot. Duke fades, he's ready for the next fight. Nails, Buzz against the wall. Put a tap on Gong. He kills Matsu in the game. Friend player's coming and he knows it. Taps him. Dead. He jumps back, but no time. Round over. They lose that opportunity. Schli, Mojka. Let's go, okay? One more fucking round. We get this. Nice. He's toppled all over the place. Nope. Third time's the charm. Oh! Come on. Get the retake going. Trade train needs to be here. Oh! The process just slaps back with the Tech-9. And then gets another. Stare finally. Maybe now, give it a chance for the Tech-9. Nice, man! What do you do, man? What do you do, man? Let's go, man. Let's go, man. Fucking sick. Nice, man. Nice, man. If we win this match, we're in the playoffs, okay? I'm telling you. Do you know why, or is it egal? You can say next time, you've laughed. Yeah, so you can say it. But let's win this match, okay? Let's play two stable Pistols. And they just hit people. Five minutes, yeah. Okay? They're better than you, man. You almost hit them. One time I got the money. You said that he didn't have the MVP bananas. After the game? Yeah. After the game he defused. Who? No, no one. The first two was getting abused inside. I was picking him off from everyone. I knew exactly where he was. Let's focus over. Let's go boys. That's right. That's a learning process. Then you take a lot of time. But the right movement test, where you can see where the team is. That's the Pro League. Cologne is a little bit. We have to take this momentum with. And the fans have to lead us in the right direction. And then we have to play in the game. Then there's everything in there. But we are absolutely the underdog. And with that tournament now too. It's a process that's running. And I think we're on a good way. But it's just needed time. One week is just too much. For sure. And Sin with the flash assists. Coming through. Oh! Grimbo! Sprays for three. And there's Stare falling back a bit. He definitely sees the... Oh, good shot. Nasty. Let's see about it. Two. He's got Borup in his sights in a second. Comes around. Such little health. Oh! He hopes it to come forward. Oh! Chance. 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 A very real chance. M4 versus M4. Blamef had Grimbo in the open. I think he was just low HP. Sit like this. Oh! Good boost. Oh! Oh! And Montu's presence here. And we've got Grimbo who's been great in the water. Borup looks around the pillar. More util. More time. But a blind shot through smoke. And Borup is down. Big take in the distance. And now Astralis stranded outside of the monster. Fourth place in groups. Close. 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 Nice! Nice one. Five. Six. Oh! Nice. 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 Very nice. 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 Goal. Amazing. народ. zweiten Folge Living Big. Ich hoffe, sie hat euch sehr gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt eine Bewertung auf diesem Video da und freut euch auf jeden Fall auf den Blog gegen Navi. Geiles Game. Ich hoffe auch ein geiles Video und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Go Big!